Vielleicht wird diese Runde besser als die letzten Runden, wo wir zercheatet wurden. Paul, deine Meinung? Ja. War mit herzlich willkommen. Zehn von zehn, drei von zwei. Wir werden mal wieder zercheatet. Nice. Ich krieg mir, ich hab nämlich kein... Spiel halt dann rein. Na, auf jeden... Ja, gut, aber ich hab trotzdem so eine hohe Spielzeit mit der Waffe, dass ich ungefähr einschätzen kann, wie die Schüsse beim Laufen soosten werden. Sehr, sehr schön. So, Gegner könnten wir immer bekommen, auch wenn wir die hacken, weil du hast jetzt einen tot. Definitiv. Vorschlagen, wir machen 9-0 und wir machen den unteren zu James Bond, 0-7. Ja, oder einfach soosten, ne? Ja, hört sich aber gut an. Double Door, beide. Beide? Okay. Ja. Oh, nice. Wir sind aber doch safe boosted, so affenhaft wie die Spiele. Nee, dieses Maus-Ratz. Danke. Wie, lol. Ganz kurz, der hat seinen Mate gekillt, dann hat... Hast du seinen Mate, dann hast du mich gekillt. Okay, der eine ist jetzt schon James Bond. Ich höre mir für diesen Anlass jetzt mal was Feines. Uff, der ist nicht mehr James Bond. Was macht diese hobbylose Spaß? Hm, wenn ich mir reinholt, find ich eine Degel, die ich eigentlich nicht spielen kann. Nehbe ich mal deine Worte-Vele-Mendle-Le-Le? Oh, krass, wie der am Hacken war. Ähm, hast du überhaupt ne Ahnung, was Pidoras heißt? Nein. Ich find Pidoras passt auf jeden CSGO-Gegner, den wir kriegen, also ne. So, wie du spielst du Wolse, oder? Ja, ich hab den aber geholt. Aber ich bin leider da drin gestorben. Lass, lass mal wie früher. Wir spielen jetzt mit denen ein bisschen. Ja, ich hab den schon bekommen, das ist nicht... Warte, hier. Nice. Pidoras, Alter, Pidoras. Was für Typen, man. Was ist der Gegner, bitte für No-Mo? Äh, hast du da keine Waffen mehr reinballern? Nein. Ja, das ging früher. Ging das immer. Was macht dieser Typ denn, bitte? Ich überlege, dass das so schön ist. Jetzt zweieinhalb Minuten da rumstanden ist und er versucht hat, sie zu knallen. Er hat einfach nichts geregelt bekommen. Er hat einfach nichts auf die Ketten gekriegt, der Typ. Er geht auf ein Safe. Wir haben keinen Exploer. Hahahaha. Hahahaha. Oh, ich... Pidoras. Ich wollte eigentlich, dass er versucht zu lösen und dass er dann halt verreckt dabei. Kauf mal nix, kauf mal nix. Bitte danke. Oh. Dann soll ich mal versuchen, die Unleben im Revolver zu holen? Ja, mach mal. Oh nein, hab ich schon. Ne, komm, lass mal... Lass... Lass dir noch ein paar Runden gehen. Aber er wäre jetzt tot gewesen, hättest du es nicht gesagt. Alter, ich zähle, Alter, nein, 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 lass jetzt meine Waffe auch gleich hier. Gegen die rechten Messer, Lange. Dann machen wir jetzt mal ganz kurz ernst. Uh, wir haben einen Double-Up. Das ist jetzt verkackt, dann haben wir ein Problem. Uh, okay, sie haben ein bisschen dazugelernt, ja, jetzt. Egal, wir holen die jetzt so. Okay, wir machen jetzt mal ganz kurz. AK, Kevlar und jetzt die Runde ziehen wir easy durch. Ähm, können wir drüber reden, dass der Typ anhat? Ey, die haben ja wirklich an. Die haben jetzt wirklich angemacht. Ersten habe ich zweiter, das ist irgendwo lang. Ey, dieser Typ, das ist, das ist perfekt, hey. Ist unweilig. Wenn du dir gefallen hast, dann lass doch gerne mindestens, Paul, wie viele Likes für dieses Video? Ja, schau mal so. Letzte Runde waren es 10.000, würde ich jetzt schon so eine Million. Millionen sagen, also ich will das jetzt nicht so krass steigern, aber von 10.000 auf eine Million Likes geht, finde ich, noch. Ist noch im Rahmen des Möglichen. Ganz kurz? Ja, eine Million Likes. Du hast in der nächste Folge auch eine Million gesagt. Ich meine 100.000, oder? Nein. Ja, dann eben 100 Millionen, 100 Millionen geht auch. Also Leute, 100 Millionen Likes oder es kommt nie wieder ein Video mit Paul auf dem Kanal, ne? Also Jonas, du bist jetzt noch dazu geschaut. Nein. Sorry. Ich meine الحalte.